Am 25. Mai Europawahl. Martin Schulz, einer von uns aus Nordrhein-Westfalen, kann Kommissionspräsident werden. Und ich will, dass er es schafft für die Menschen in unserem Land, weil er darauf aufpassen wird, dass es endlich menschlicher zugeht und nicht mehr nur Marktinteressen im Vordergrund stehen. Also wählen gehen und Europa stark machen mit Martin Schulz.